Hallo Leute. Willkommen bei meinem neuen Let's Play. Ich habe gerade meine neue Ration Milben-Scheiße genommen und dachte mir, es ist Zeit für ein neues Let's Play. Jetzt immer gut. Jetzt immer gut, okay. Ihr seht jetzt einen exklusiven Ausschnitt aus einem neuen Video. Mach aber jetzt das neue Video. Gut. Bist du unten? Oh, er hat mich geküsst. Geil. So. Und dann fahren wir gemütlich nach Hause. Franz? Verlenken. Keiner. Ja. Haha. Ja. Ja.